Hallo meine lieben Zuschauer, ich habe mir jetzt auch mal G-DOS 2 angeschaut. Also das ist mein erster Char. Und ja, ich habe mir dann überlebt mit meinem zweiten Char, weil ich das ausprobieren möchte. Und daher mache ich das jetzt. So. Okay, also das ist ein Team, ja, meine Menschen. Und er ist 41, ich spreche Englisch. Also ich möchte hier gerne. So, gut. Ich möchte mir hier einen Char. Was machen wir? Machen wir wieder einen Human. Humans have lost their homeland, their security and their former glory. Even their gods have withdrawn. And yet the human spirit remains unshaken. These brave defenders of Kri- Kri- Kri-ta? Krita? Krita. Kann auch noch. Continue to fight with every ounce of their strength. We have female. Oh, ja. Hier, da. Das noch? Noan? Ja, noch. Ah, das sind die Charschan aus wie Kühe. Aha Asura Das heißt, mein Asura ist Alchem, in maybe short minster, but they are internal giants. Among the Asura is not the strong who survive. It's not the strong, but the clever. Other races believe they should rule by virtue of their power and strength, but they are decluding themselves. Is that what we don't choose? Uh... Where they are better? I don't know They are not born, they are weak in beneath, bla bla. How does that look? Female, huh? There, female. I don't know I don't know I don't know How does that look? Is that a female? Yeah, is that a female? Yeah, is that a female? Hmm... Maybe there is a female that is a sweet elementist I don't know I don't know I don't know how does that look like Something magical Uh... Natural force To power Blablabla Okay, necromancer Master of dark arts Master of dark arts Someone dead to fight for them This is nice, ma'am Mental energy Hmm... This is a healer This is a healer Make up Blablabla Fireblab To assault the enemies Very slight armor Very slight armor Ranger That is a thief That is a weak speech That is a weak speech Endure Hmm... So this is this thingy Guardian and warrior Nööö Let's do either What is a ranger? That looks like a sweet Hmm... I can't play ranger That is so... Yeah So, Diana I think I can do my Naked romance Man can't even try That is so... That is so... That is so... That is so mini Can we actually change the face? Or do we have to change the face? Or do we have to change the face? We have to change the skin color We have to change the face? That is so... That is not a choice We have to change the face We have to change the face Oh... 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 That is so... Soft pink Soft pink Where is this? Okay, it's red Red... White... 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 Das ist ganz schön. A lot of O-arms. Hm. Marking color. Das ist richtig. Hm. Dark Grey. Hat irgendwas. Ja, ich mache alles. Ich bin eigentlich da anders, wenn ich da die ganzen Dinge habe. Hat mir gefakt mit das? Hat fakes? Ich glaube ich gebe dem hier. Head Option. Super. Also das ist die Frisur. Face and Skin. Ja, da kann man nicht so viele haben. Das war das eine, was ich gesagt habe, dass ich gar nicht so doof auf uns schaut. Da geht der Scheiße. So, mit was gehen wir denn? Mit dem oder mit dem? Ich glaube, dass sie noch mit dem gehen. Ach ja, warte hier. Hä? Jetzt kriegt er Skin Color. So. So. Habt ihr denn schon vorher Ego eingestellt? Es gibt keine. Ja. Ähm. So. Die Ohren. Vielleicht können Bunny Ohren haben. Süß. Was ist das? Mausohren? Was ist das? Ja. Die Ohren, das ist ja. Die Ohren. Die Ohren. Ich glaube, die Äh. Die Ohren. Hier tippschipp, achso. Das muss man so thickness. Drehen. Schaut both aus. Das muss dann ganz dick. Schaut irgendwie fluffiger aus. Ich weiss nicht, schaut doch schön aus. Wenn ich jetzt alles nur auf medium mache. Lang sind sehr lang. Kurz haben. Medium, Medium, Medium. Schaut so aus. Das ist schon eine spezielle Klasse, ne? So. Facebrower. Warte mal, ob sie ohne Kette hier glatt ist. Und überhaupt, mit denen sieht man das viel besser. Brow Placement. Ich hatte gar keine Augenbrauen. Okay, entschweinend. Sie sind halt nicht vorhanden, aber ne? So. Die Augenbrauen. Was ist das? Das war das Alter aus. Scheiße. Was ist das? Das ist ganz weg. Mal schauen, das sieht auch nicht so schlimm aus. Iris-Eis. Das ist ganz groß. Ganz klein. Da ist die Fischung besser aus. So finde ich es gar nicht so schlimm. Was war denn für eine Irisfarbe? Gold. Die ist auch nicht so schlimm aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht so aus. Wie lange so aus. Also, das sieht nicht so aus. Es ist immer so farbfrosser. Was ist das? ... und so fachlos... ... und so red... ... und so... Ich weiß nicht wie das da was... ... mit orange... Ich weiss nicht, ich find das auch immer schön. Pink. Pink purple. White. Pink. Pink purple. Ich weiss nicht, ich kann mich immer mal entschreiben. Ähm. Skin, oder? Das machen wir vorher als größer. Pfff, sonst kommen wir ja nicht mehr weiter. Oh my god, es sind schon mal zwölf, wir müssen sich immer noch nichts ausgesucht. Hier ist Scyz. Eist. Was ist das Quint? Was ist das da? Oh. Eist. 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 Weiss. Lower Eyelick Placement. Das ist noch eine Nase. Das ist noch eine Ridge. Ich nehme mal ein Video Das ist nur Formel Auch Video Nicht so gerade Ich glaube so komisch aus Kann man mal so lassen Hier der Nose, Hair, Ting Okay Die Asura Oder wie das heißt schon echt komisch aus Nose Placement Wir haben hier auch mal Mittel Warum nicht Lower Lip Upper Lip Wie passt das denn aus Und ist nicht so weit Du Scheiße Puff 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 Ich glaube die Puff 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 Ich weiß gar nicht viel unterschieden, ich schaue es von vorn aus. Oh, bitte! Oder? Ja, bitte so schön. Süß. Aber es sieht gar so komisch aus. Ein bisschen Kinder. So, Chinshape. Von vorne kommt so aus. Ist ja ein bisschen. Ist ja ein bisschen. Ist ja ein bisschen aus. Ist ja ein bisschen aus. Alle kommen da vielleicht so. So. Hast du meistens im Hände? Leider bin ich eigentlich. Leider Kopf. Ich schaue das jetzt mal auf Youtube. Ich schaue es aus, wenn ich den Hosenkopf nehme. Normale Größe nehme. Ich schaue es aus. Ich bin jetzt ganz klein gekommen. Ne, schau mal. Keine Ahnung, ob das toll ist oder nicht. Keine Ahnung. So, hat er nicht vergessen. So, wir haben das zur Auswahl. Das zur Auswahl. Das zur Auswahl. Achso, das ist das, was wir am Anfang hatten. Schon gar nicht so blöd aus. Es gibt nicht mehr verschiedene Haare. Ist aber jetzt traurig. Warne Glassen hat welche Haare gegeben? Ich habe da nämlich schon wieder so Haare. Also, Haare Haare. Neuor neun. Eindelein. Eeeeh! Das ist ganz hellblau. Fitter weiß. Gut. 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 Nur wenn man mal die Schleife in einer Ruhe will. Ja klar. Was gibt es sonst noch? T. 2. Nein. Ich hoffe mal etwas crashen ist. 5. 5. Nein. Das schaut nicht schlecht aus. Oh. Was hat das? Das sieht wirklich schön aus die Farbe. Ich glaube ich nehme die Farbe. Die Haarfarbe nehmen wir. Was ist da unten dazu? Schwarz. Völlig schwarz. Pink passt auch nicht dazu. Pink braun. Plattina. Ich glaube es ist so, dass sie da. Ah, Plattina ist heller. Das ist so, dass sie da. Das ist so, dass sie da. Okay. Okay. Hm. Ich kann mich nicht gut entscheiden und fahren mit mir leid. Bitte noch Blond. Nein. Ich stehe nicht auf Blond. Bleib. Nein. Wiemlich. Gibt es die Schleifung? Ich bin dabei. Wiemlich leben und weg. Was ist das jetzt mit den Augen kaputt? Oh, die Augen schauen jetzt komisch aus. Okay, das ist definitiv ein Scherp. Also, ja. Okay. Okay. Ich könnte auch alles in der Augen nehmen. Ich würde schon wieder sehen, dass ich das. Okay. Hm. Das ist ein Scherp. Das ist ein Scherp. Ebony. Nein. Ebony. Okay. Hier wird das so... Nein, äh, glaub ich, was ist da in Emonie? Seals, muss ich jetzt auch mal mit Emonie nehmen? Call of Three. Das da? Was ist das da? Was ist das da? Ich glaube so, allein das würde ich nicht sehen. Emonie, das da. Emonie, Emonie, Emonie. So, äh... Kann ich das jetzt in Emonie nehmen? Hm... Ich überlege, was dann besser passen würde. Ich glaube, ich schmue das dicke, was Emonie. So, hier Schuhe, Emonie, Emonie. Ich kann die Schuhe nicht sehen. Ich nehme die überhaupt Füße. Muss ich gar nicht so gehen. Na, schon schrecklich aus. Gehen wir weiter. Exermentous Cloudsos´Compedionist´s. An Acknowledgement of this I mark my face with this symbol of... Ah, Trickster Demon Skull Ghost in Wraith. Trickster Demon from Smithy finds ways to enter. Untertitelung des ZDF ... aber das ist ... 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 Maybe there's an architect to make up the cool lunchtime. But now next. I have to say energy. Nature. I don't know. Somehow... That's what I read. What here is gold. I'm going to make up the cool. I'm going to make up the cool. I'm going to make up the cool. I don't know. I don't know. It's the right thing. I don't know. I'm going to make up the cool station. So... I said it was a toy. It was a pipe dream. And a waste of resources. They were wrong. So what if it does? Hmm... That was my first intention. Wolf. Okay, okay. Eh. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Infinity Boat. Infinity Boat. Hmm... Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So my first twist. And twist. The one who told me almost everything in your course. That's cool. But my good one. Tell me if it's a higher power. I'd like to say when it comes. I mean, there is not such thing as overkill. I mean, there is not such thing as overkill. I should leap. Go with the flow. You're first try should never be your last. Especially if it succeeded. You can always succeed. Be your next one. Hmm. Always bring a witness. Preferably an ex-pen table one. And you'll never know when you need a blow. And that's so funny. So... Let's go. This is my lady... So... It's... So... 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 My first invention was a... Oh... Was... Well... A golem. And one day... My adorin' fans will say that I have surpassed even my first advisor... Monster... A necromancer's closest companion is death. In the acknowledgement of this I mark my face with a symbol of a skull. This is my story. Lady Mizaki. Mizaki. So, mach mal. Hat ja lang genug gedauert. Genius. My ancestors were driven from the heart of the Earth, forced to live in this bright, wide world. Of course, we've excelled. We've seen expectations in everything we do. With Gollum and Gate and Arcane Crystal, we have asserted our supremacy in this land and made it all in. We will not move another inch. Not for dragons, not for anyone. The Eternal Alchemy is a fluid contrivance. Ever evolving. Ever fluctuating. I believe in the power of transformation. I belong to the College of Dynamics. Dynamics crews thrive on permutation. We're always advancing, morphing into something new. I'm the Lever, and my excellent crew is the Fulcrum. Together we will move the world. We will force reason from chaos. I've just been informed that defective Gollums, not mine of course, are causing havoc out in the jungle. Whatever the imbeciles outside the city have broken, I'll fix, and make my name doing so. Super chants on the front of people inside. Super chants on the ground. ...like such a bad girl. Ich weiß nicht, ob die Farben bald gebrochen wird. So, ich beende mal hier kurz und schaue mal kurz, ob das hier funktioniert.